Selbst Joachim Lambi, der härteste Promi, ist sprachlos. Im heutigen Let's Dance dreht sich alles um das Thema Liebe. Acht herausragende Kandidatinnen sollen herzzerreißende Tänze tanzen und sich bei ihrem Auftritt wohlfühlen. Dies ist für einige Menschen weniger effektiv, für andere jedoch effektiver. Janine Ullmann und Solt Sandor Xeke gaben ihr Bestes bis jetzt. Nach einem Auftritt der Moderatoren kamen nicht nur die Zuschauer, sondern auch Lambi, nachdem Janine und Solt den schalsten Bei mir bist du schön von The Andrew Sisters dargeboten hatten. Standen sogar die Richter, die als die strengsten galten, auf- und applaudierten. Erstmals in diesem Jahr steht auch Herr Lambi auf dem Podium, sagte Moderator Daniel Hartwig. Der gebürtige Duisburger erklärte dann, dass Janine und Solt es auch verdient hätten, wenn es gut ist, dann stehe ich auch auf. Und auch das sollte belohnt werden. Wie Muzima Buse und Jorge González zog auch er die 10-Punkte-Fliege, auch das TV-Publikum war von der Darbietung des Tanzpaares beeindruckt. Janine tanzt mit großer Freude, Komfort auf Profi-Niveau. 30 Punkte sind wohlverdient, war nur einer von vielen begeisterten Kommentaren auf Twitter.